Das schönste Erlebnis in letzter Zeit war, dass wir eine Patientin hatten, die Corona erkrankt war. Der Papa, der werdende, war auch Corona erkrankt. Und wir haben eine Geburt per Videoschalte gemacht mit dem Vater. Und als das Baby da war und die Hebamme das Baby hochgehoben hat und es mit in die Kamera kam und der Mama auf die Brust gelegt hat, da hat der Papa über den Videokanal, ist der schreiend und tobend durch die Wohnung gelaufen, hat gejubelt. Und da mussten wir alle heulen und das war wirklich ein tolles Erlebnis, weil wir es so irgendwie möglich gehabt haben, dass es trotzdem ein gutes Geburtserlebnis für alle Beteiligten war.